Ich kann nichts dafür, Gerlinde, weißt du auch, es ist, weil die Linie jetzt aber hergestellt hat. Und da hat die Tage, bis sie hier kam, hergestellt. Was ist denn? Es ist ein Kondom. Die Person ist aber auch von mir. Hast du den? Also, nein, weiß nicht. Und Gerlinde, das Problem soll man auch noch umarmen. Das ist okay. Was ich gerade gesagt habe, du hast doch mal wirklich gesagt. Nehmen Sie mir zurück, dass die Zeit in die Kondome sind vorbei!